Dass meiner lebensbedrohlichen Krankheit Solidarität geübt werden muss, halte ich für sehr vernünftig und gut und deswegen bin ich ein Befürworter. Eine Pflicht glaube ich nicht, dass es hilft, aber es ist die einzige Möglichkeit, dass man es tut. Es gibt so viele Leute, die das grundsätzlich nicht machen. Ich finde es positiv im Sinne der Volksgesundheit. Wenn nämlich die Leute hergehen und sich nicht danach riechen, dass andere ein Bedürfnis haben, dann geht was schief. Ich selber bin dreimal geimpft. Ich weiß, dass ich für mich etwas Gutes getan habe und hoffentlich auch für andere. Und ich finde die Impfpflicht positiv. Die Impfpflicht 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 Die Impfpflicht